Ich finde es auch sehr einfach, dass wir in unserem Festlauf jetzt wie hier stehen. Naja, ich weiß nicht, was der Zuschauer jetzt da drin halten soll. Ich bin ja mal gespannt, ob der überhaupt anschlägt. So, dann mache ich die Joybronne. Wir haben Markums Pause gemacht. Ist ja klar. So, jetzt haben wir jetzt 245. Also anderen Zeit. Kann man schon mal auswerten. Negativ, eigentlich nur dich negativ. Voll negativ, schrecklich. Wasserröder ist auch negativ. Ab. Für die anderen sind es nur noch 4 Minuten. Bei Cola kann ich jetzt auch schon sagen, dass das negativ ist. Ist auch gar nichts zu sehen. Nicht mal kleiner Strich. Aber eigentlich. Und beim Monster Energy Link, der ja total lecker schmeckt, ist hier auch noch nichts zu sehen. Also kann man auch davon auswählen, dass hier negativ das Ergebnis rauskommt. Voll negativ war das bei mir ja. Cola, Ananas und der Monster Energy bringt gerade negativ. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.